Bei mir geht gar nichts mehr, weil als ich das Kleid hatte, da habe ich 49 Kilo gewohnt. Und jetzt, mit den 50 passt du jetzt nicht mehr rein? Nimm es einfach an. Es ist eine 6 davor. Die Oberweite passt nicht mehr rein, die hat sich verändert. Die passt sowieso nicht rein, aber egal. Und das war halt eben damals meine Bühnenfigur, die ich hatte. Die habe ich heute natürlich nicht. Na gut, aber deine Bühne ist ja auch wirklich größer geworden, muss man sagen. Ja, deswegen bin ich auch größer geworden. Ich finde es nur nett. Ja, und beim Podcast ist ja egal, wie man aussieht. Das ist ja das Gute, deshalb machen wir das ja. Deswegen machen wir das ja.